Willkommen zurück beim nächsten Part von Paper Mario. Wir haben im letzten Part gemacht, mein Kupalm. Seitdem du schon angefangen hast, war ich quasi einfach immer noch. Ich habe mir das ganze Zeit wieder nach vorne und das ist gut. Und ja, da sind wir heute gleich am Gängen. und das, wie immer, richtig nervös. Ich meine, die sind dann all Peppermann oder irgendwie dran. Dann die Quizmo ist okay, du wirst dann mal mal singen. Sein Quiz wird direkt an einem. Wann man schon heißen. Ah, das ganz längst umdienst, Strategie. Et das Strategie-Item-Sprung-Hummer. Ja. In dem Sinne frohen könnten wir auch machen. Das gäbe sich natürlich auch nicht sein. Da gäbe sich wahrscheinlich auch dann ein paar hören, wo ich dann all die frohen dann zusammenhören. Da sind sich kein dran hören. Mäh, bloß, da sehe ich mal ein Make-up-Alben drum. Kränklich Lebens-Pilz. Das ist immer so. Ich bin nicht froh, die Fahrzeuge in mir. Ich weiß, dass ich jetzt eh den Chip brauche. Und ich versuchte, dass heute normalerweise Chubs alle Gute mal in den Connectair ziehen. Für den Items, die ich drohe natürlich, ich kann direkt hier am Chub-Trop zugreifen. Ich bin nicht froh, das ist immer gut. Ich bin nicht froh, das ist immer gut. Ich bin nicht froh. Ich bin nicht froh. Ich bin natürlich froh, das ist immer schön. So, wir kriegern dann das. Dann haben wir auch die bessere Dinge ins. Weil wir haben auch die letzte Party auch die Silber-Postcode, nur den Gold-Postcode für den zweiten. Nusskuchen Das würde ich die Gumnus so tun Ich werde jetzt zwei mal Naren Gumnus abbringen Auf jeden Fall, dass ich Fehler mache Ich muss nicht zwei mal Naren Gumnus rein Weil da ging ich noch an Scheikei-Ding Da ging mal ein kurzen Gumnus Äh, jo Schon oftmals mein Problem am Ort Bestimmte Verhallungen von Items Weil viel zu viel zu verhauen Zwar in der Stadt wichtigste Kotverlumpfung Wollt bei mir Kotverlumpen sich gehen Ja, hoppla Gehen wir halt frendlicherweise in der Adon aus sich Äh, das halt Waren ja schon halte ich seit kurz zu verhauen Wenn es in der Pferde schwerer war es Niii Ich würde die Speedfabler einfach versuchen Du spürst halt so viel Zeit immer Aber wenn wir halt Hähner sind Gehen ich dann auch noch nach Speisen, wo die Köder war Hähn Oh, helf hier Kapitel von der Wran zu gehen Weil die noch so feier sind Wo in der Gehsind Ich weiß wahrscheinlich auch schon wo ich Hähner Wird sich mit meinen Dingen vergehen Ähm, Moment Orden äh, für den Mofan kann ich ein paar Dautas machen ähm und den Kampfrausch kann ich nennen, dass der Wirbelwind dann machen wir den direkt Gerstgeheim wow den hört man den Möller-Mönschen Rhythmi ähm ja sollte ich ne Döbel soviel Mönschen kriegen oder so? bah, egal ich will nämlich den Oden weil die Zügelicht gibt, dass von der ich sowieso kriegen, dass der Möller-Mönschen ist mir wahrscheinlich wird den nicht gezählt wenn der dick kommt aus ach, anheuersen ich kann den Zügelbys beihen um zu schwärzen ein neuer Sonneropolog den hatte ich schon gemacht dann das stimmt nie an wenn ich den Patentur sitze weil die Fischer sitzt du schon seit ewig gelten wahrscheinlich bald zuvor aber auch von den Superrädern so dann ja spiel gern das nebysbergs fängt man auch von der wahrscheinlich komplett an Box geht so wie ich mich kann ich probiere also normalerweise wäre das von Sängerlogik alles richtig und oh Riesenkeks naja, nicht grad so das zumindest cool das ist cool Also mal ein guter alternativ, wenn's du mal einen kennen, wenn Regeneration seit dem oder so war's. Hey, wo ist dein Kuch, du? Du, du denkst nicht nur einen Münzen, ne? Hey, das ist ein Ding und steht vor dem Moment, wo ich mich über den Bogen befinde, für ein Bach zu machen. Haha Ja, ja. Ja, ja. Oh, Gott. Es geht mir nicht weiter. So, wie gesagt, ich habe keine Prometeen-Missionen, aber ich bin einfach für Let's Play mäßig behandelt Ich bin einfach so nervös und so zu merken Ich weiß auch nicht, wer wohl tat. Also, tschüss, Ububu Du geh nicht so viel Buchen, die ich aufholen Ich kann den halten, Heise Okay, interessant Interessant Also, wir hatten trotzdem alles so gemahnt Also, offenbar ist Freden so schwer für den Tonpartner ausmeldet Einer ist immerhin eh, der nicht überhaupt erlebt Nicht vielleicht nicht viel erlebt, aber nicht viel erlebt Also, zumindest, da war auch etwas Bei den Kasseln Da kann er wenigstens auch Flummer Ich muss ein bisschen froh sein Klammer, ich glaube das Come on! Wen aus, ob die Idee kommt, die Titel an zu geben Also, what the heck Du dämliche Menschen Kuhpasta Kuhpasta Was wurde das schon mal her? Kuhpasta Ist das nicht mal Trunkenpasta an den Kupablad oder so? Boah Das wird zumindest den Logisch erklären Nimm Kuhpasta Meio Aufgesucht, ich soll da mal eine Tee frohen Also, geh mal auch da mal eine Tee frohen Okay, probier mal einfach mal Ich schunde nämlich die Quest nämlich gut in mir im Kopf Den Toten Ich geh mal kurz da, dass ich mir so im Kopf denke Weil das eine logische Erklärung wäre Ich weiß, dass ich Kuhpablad so kann Ich will so auch, dass ich Trunkenpasta höher verkaufen kann Ich will so auch, dass ich Trunkenpasta höher verkaufen kann Und nur noch die Nere Kuhpablad für Kuhpasta dazu Und hat nämlich noch nicht direkt das gesucht gehabt Was ist der Preis? Und das gesucht Omnete seit Februar Okay Nur wenns da Man, ich da einfach so Das ist schon mal einfach Ach ja, wir haben einfach Kuhpablad sicher gehen Ich will trockenpasta Und da probieren Äh, ist das einfach Verschieden Ich bin die Kuhpalle im Quest Schon seit Jahren nicht mehr gemacht Weil ich einfach so Ich versuch's noch machen Also einfach so Etwas nicht worth eigentlich Naja Mehr Wir machen das ja Extra für Eis BYU Aber ich hab ja auch noch Für andere Sache beigelebt Wenn dessen Vielen der riesige Keks mischt Hatte ich nicht komplett vergesst Hier Trockenpasta Auch ein Kuhpablad Ja 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 Ich probier aber nicht gelöst Aber wenn es wahrscheinlich Voll an der Box geht Und das kann auch Das geht Ja Schon Schon Die richtige Logische Erklärung gemacht Hehehehe So Dann gehen wir mal jetzt direkt zurück Und das ist ganz geil Und das ist ganz geil Und die Die nächste Kuh kannst du M'johren von Bolognese holen Kann ich dann M'johren von Bolognese holen M'johren von Bolognese holen Wenn du Kann ich dann M'johren von Bolognese holen Ich brauche Das ist ein Blankomass wirklich? echt? 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 ich weiß immer, ich mach das noch nicht. ja, komm mal direkt zur Frau! war das froh? äh... die Hunde gerade kommt gleich. Schmeckt das... sind zwei. Schmeckt das... bei der Engel seit vier? nein, da sind da drei Wunder. aber das ist nicht schlimm. die 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 schon eine Brille ab. Wahrscheinlich hast du frei. Nö. Ich kann doch endlich nie selbst lesen. Wir waren der Spiceblatt. Oh, komm. Ein Limet. Ein Limet! Ein Limet! Ein Limet! Gut, dass man die Fahrt in den Talomber drinnen hat. Sonst ist er richtig sauer. Sind fünf von dem Typen doch. Ja, mache immer diesen Part. Na, meine Baustelle hab ich ganz fertig, egal wie lange ein Part dauert. Weil... Er geht mir, ich weiß nicht, den zeige ich aber auf dem Tipp. Äh, ja, tschau. Yay, Menschen! So, komm mal! Komm mal! Ich steile es so. Oh, komm mal! Äh, man gibt nun so gut die Ämmer, wenn sie bei sich, alles die Limette, die nun bedenkt wird. Schon einfach mal da, ich weiß nicht, Träun mal, ich weiß nicht, wenn wir einfach mal rumlaufen, dann kochen sie los. Ich weiß nicht, dass ich noch einen Kaffee, den Topadabs kochen muss. Von der Logik hier müsste ich empfehlen, einen Sauve Tonic gehen. oder das geht auch schon, äh, Cetronen. Ah ja, guck mal! Ähm, wie gesagt, ich bin immer noch im Hinsing, ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber bei auch noch. Da sind wir noch mal drei. Ehm? Ja. Ja. Egal, es sind halt, es sind halt echte, äh, nur bei Erno Sachen. Ich kann nicht hier schon so so ein Spiel gut gehen, da ist doch vielleicht froh unter mir, aber keine Aushöre immer einsach. So so ein bisschen zu viel. Löwen. Ja, das ist ja auch gar nicht. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, es ist ja auch gar nicht. Ich weiß nicht, sondern ich weiß nicht, dass du dich nicht mehr so ein bisschen mehr schlappst und mich nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie ich auch nicht mehr schlappst. So ein bisschen mehr schlappst. Koopa Blatt Krazy Kicks Koopa Blatt Koopa Blatt Man hat wirklich etwas zu lesen Sonst sind ich einfach nicht so Ich habe das nicht geplant Ich werde nur beim Omelette machen Ich werde einfach einfach mal kochen Ich werde Riesen Kicks machen Notfalls gehe ich einfach noch Eine weitere Mischung Weil die Krazy Kicks Was ihr seht, erinnert mich auf Space Kicks Das ist die Keine Ahnung Durchschnittmengerschlüsse Als ich klein war, geht das Bild raus Weiß geguckt Koopa Blatt Und Riesen Kicks Ich werde noch ein paar Kicks rauskriegen Ich hoffe, dass die Kicks-Based Cookies gehen Ich werde noch ein paar Kicks mit Jep Ich habe das nicht geplant das ist nicht so schlecht oh? das ist doch nicht probieren wir mal mit Backmischung an dem Kooperblatt einfach nehmen wir eine Welt von der Logik ja, dass wir kochen das ist eigentlich guckt was wir wollen wirklich hier entzwingt ihn durch alle menschliche Kapitel hin und hier zu rennen für Sachen sicher zu geben irgendwann seht ein oh ja, du hörst mal so viel geholt äh mach mit Tränen kümmer dich mal an die Stimme hat Prinzessin Pisa und denkst du so du klingeln Mini-Woods ja, wenns da geht dann einfach durch einfach so wie ein ganz aushaltverfahren einfach durch weiter nicht oh egal weiter kümmer 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 probieren wir mal ob es jetzt so viel Schlag geht oder nicht kann ich ja anstoßen aber bis probieren wir mal dann fährt aber gut nichts besser schlussig entlang frage kümmer 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 inn 팀 kümmer 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 Das ist ein bisschen krass. Ich habe einen großen Kuss. Ich habe einen kleinen Kuss. Ich habe einen kleinen Kuss. Ich habe einen kleinen Kuss für einen Kuss. Bei der wenigen Mühle, ich denke ich weiß wenig das, aber ich schwätze einfach mit allen Götten. Das ist wahrscheinlich die Günther. Anja, das ist wahrscheinlich Kinenschen, den der Günther hilft nicht, ich nenne einfach Günther. Jäh, ichomme die Fluchtkasten mit Niemann. Upp, nechst nee Drei Screen Transitions Und dann wird nicht Ich versuch das Heim mittlerweile, das Schlüssel wird Weil hier wird gerne Geheimnis Warten und bewahrt Und ja Viel Darts zu machen, außer dem Funken nicht schwer Also Du weißt schon von mir schon vorher länger Sidequests Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht Es ist einfach viel zu lang her, wo ich all die Sidequests überhaupt nicht kaputt Wenn ich so so viel Spiel nicht mehr noch Speedrun zu Aber Daher steckt nicht mehr Speedrun Also So 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 Stau-Pammer? Trockenpilz? Stau-Pammer? Oder Fred-Misch? Also ich mein, just for now I can't wait. Konfirmation suchen. Roten Tegel. Stau-Pammer, Trockenpasta. Stau-Pammer. Ja. Die Analogik wäre, Stau-Pammer, Trockenpasta. Stau-Pammer-Pilz. Fällt dann ja eine Änderung aus. Wow. Trockenpilz. Stau-Pammer. Was? Das war doch nicht. Aber ich will einfach noch. Ich will einfach noch. Schönen einfach vergessen, wie die dort neben es geht. Ich will einfach noch nicht. Ich will einfach noch nicht. Stau-Pammer. Trockenpilz. Stau-Pammer. Trockenpasta. Das war doch auch nicht. Hygiene ist ganz schön trocken. Ich habe immer absolut nervös. Bei mir guckt man im Knot. Egal. Mischen wir noch ein paar weiter. Stau-Pammer. Stau-Pammer. Trockenpilz. Stau-Pammer. Donner-Zaun. Das ist doch nicht. Tau-Pammer. Und... ... Von ihnen zugegen Logik mache, dass da dort wahrscheinlich die Mals von Kerbys Maus Attack wäre. Stau-Pammer. Stau-Pammer. Trockenpilz. Stau-Pammer. 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 Und das ist doch nicht. Und das ist nur eine Pasta in der Lampe. Und da ist schon die ganze Zeit die Champiinge angeholt. Zwei. Noch ein Kerrn-Check. Das ist... Null Präparation. Aber ja. Ich wusste, dass die Quest eh schon von Köln von Roten Tiger und schon so vergesst. Ich... 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 Es wird nur... Es ist nur Pasta. Wahrscheinlich... Trockenpilz. Was... Eine einfach alles. Pasta. Die Trockenpilz. Oder Trockenpilz. Oder Trockenpilz. Es ist nur Pasta. Ich stehe alles. Alles. Spremenzen. Ablauz. Für einen Titel. Wenn du denn Ern mal kannst du? Kein Platz? nur noch eine schluss ist ein altem platz schlitter sind die stadt nehme ich auch mal trockenpasta namen staubkammer auch nicht wie geht es mit er gibt mir keine info er sieht man 8 2 3 also gleich gewinnt von allemal die alten sind absolut grauenhaft ich hab schon nichts gemacht mal geben stunde ob so staubkammer trockenpasta staubkammer trockenpilz trockenpilz also alokomoraina kannst dir ganzen dingens nächstes zurück rein nächstes kannst du mir auch einfach direkt entgehen sch ich werde es irgendwie machen auch wenn ich so so scheisse gau hi west hi west dingens ich hoffe du kannst du einfach mal mal dingens du kannst mir nicht die ganze Zeit gehen Okay, ich werde nicht reichen, ich werde jetzt nicht reichen. Okay, das war mit diesem XXL-Part von Paper Mario. Wir haben noch endlich den Mikropon und den fertig. Ja, das ist schon mal eine gute Idee. Wir werden mal, respektiv, äh, 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 der nächste Part wie immer, werden wir ein bisschen, äh, so farmen. Also ich werde das offscreen-fähig farmen. Also, diese müssen nicht extra nur gucken, wie ich das farme gehen. Das ist so schön, dass ich ein bisschen zurückkomme. Ich werde gucken, welche Variante ich mache. Wahrscheinlich, dass ich ein paar Mädchen kicken gehe ich als Idee holen. Und ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen erst probieren. Also dann, wir sehen uns dann am nächsten Part. Bis dann und ciao. Ich werde mich dann jetzt auf die Art Position stellen, wann ich das nächste Part rufe. Bis dann und ciao. So!